Herzlich Willkommen zurück zu ARK Crystal. Durch einen Zufall habe ich zu unserem Weibchen ein Männchen gefunden, was sich wieder unter einem Stein festgebackt hat, das ich dann dementsprechend mit Betäubungsfreien befreit habe. Dieses habe ich dann natürlich mitgenommen, die zwei haben sich direkt verliebt und aus diesem direkten Verliebtsein ist dann dieses Ei entstanden, was in ca. 1 Minute 40 fertig ist mit Brüten. Ihr seid auch schon wieder alle verliebt, wie ich gerade sehe. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich gleich zwei Rumstürmen haben. Wir sammeln einmal die Puh auf, die wir dementsprechend brauchen, behalten dann dementsprechend die Eitimer im Auge. Wir haben bestimmt kurz Zeit einmal hier durchzuschauen. Okay, dieser ist voll, also lagern wir das Puh hier dementsprechend ein, dass ich das für was benutzen kann. Da liegt das Ei. Wir schauen mal, ob wir es in den Fokus kriegen. Okay, wir heben es auf. Ich möchte das immer gerne so ein bisschen neben der Brutmutter liegen haben, so wie ich sie liebevoll nenne. Wir gehen es ins Inventar, lassen das Ei natürlich fallen. Er schmeißt es dann natürlich hin, es liegt natürlich dahinter. In 35 Sekunden ist das eine Ei fertig und in 5 Minuten das von dem Dodo. Kinder, bei euch ist alles okay. Kacke einsammeln ist auch sehr lustig. Ja, wir schauen einmal drauf. Mimi, dir geht es gut. Und wir haben hier, okay, wir sind bei 5 Sekunden, 4, 3, 2. Das wird jetzt hoffentlich, bin ich ja mal sehr gespannt. Ah, da ist der Kleine. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dich natürlich wieder, oh, wir haben Zwillinge. Oh, das ist ja süß. Wir drücken mal auf E. Mini, Karbo. Okay, und was haben wir hier? Dementsprechend, wir können hier einmal ins Inventar reinschauen. Wir brauchen jetzt natürlich Bären. Das ist natürlich jetzt auch wieder extrem. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Mini, Karbo. Und da läuft noch ein zweiter Spazier. Dann prägen, 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 da ist es. Inventar öffnen, nein. Oh, ich muss unbedingt Bären. Ich hoffe, ihr marschiert jetzt hier nicht in der Gegend rum. Bären haben wir drüben natürlich dementsprechend genug. Wir schauen hier einmal rein. Ich habe natürlich Mayu-Beeren or mass. Die nehmen wir jetzt mit rüber. Wow, 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 wow. Kinder, wo seid ihr? Inventar öffnen. Hier, du bekommst deine Mayu-Beeren. Und der zweite sitzt hier drüben. Kann ich dich prägen? Ja, bitte, 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 bitte. Komm nochmal, komm nochmal rein in den Fluss. Halten für Optionen, ne. prägen du heißt natürlich auch wieder mini k boss wenn ihr natürlich nachher junge und mädchen seit seid ihr natürlich anders level 16 wir gucken mal dass wir in deinem inventar kommen und ihr zwei könnt jetzt hier natürlich dementsprechend spazieren laufen ich lasse euch mal spazieren laufen wir sind wieder nein ich wollte nicht dich aufheben lassen die kinder hier so ein bisschen in der gegend rumeiern 90 voll 43 ich gehe jetzt hier bleibt drin das war wir schauen einmal dass wir hier dementsprechend noch mehr bärchen mitnehmen dass wir hier reinpacken können wir schauen mal bei uns in die los was hier so los ist ja sehe ich jetzt keine ok wir haben bei unserem shop ja das ei haben wir leider verloren und hier haben wir die zwei glücklichen eltern ihr zwillinge bekommen spazieren leistung spazieren wenn ich jetzt hier verhalten sagen wir mal folgeabstand niedrig halten folgestand niedrig kommt man zu mir die beiden kommen wir beide her wir setzen euch mal zu mini hier zu eurer brutmutter das ist ihr schön warm habt dass ihr dass es euch gut geht kabo und kaboz dann öffnen wir hier einmal das inventar dann habt ihr hier noch mehr bären dass sie hier ich wollte das eigentlich umtauschen okay das geht nicht so jetzt könnt ihr zwei zwei seiten jugendlich hier wandert jetzt hier dementsprechend umher das ei hier brüten ist auch in 31 sekunden fertig dann warten wir noch kurz ab unseren weiteren dodo hier in unserem kleinen kindergarten 20 sekunden hier wird wieder geschissen und gemacht wie die weltmeister hier liegen auch wieder eier rum einen haufen eier ich glaube ich weiß gar nicht was hier dem entsprechenden überschuss da ist wir schauen auf das ei 4 3 2 wir hoffen wir können dich gleich prägen na komm kleiner dodo gib mir die möglichkeit dass ich dir einen namen geben kann kleiner mini dodo komm 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 her ich möchte gerne dass du na du solltest du nicht dahin laufen bei den dodos ist es teilweise echt schwierig die wirklich in den fokus zu kriegen halten für gut jetzt können wir ihn prägen ich nennen wir mini du mini dodo einfach ein paar blöde namen jetzt haben wir natürlich hier dementsprechend e-inventar öffnen und ich habe alle nein ich habe nicht alle bären verteilt es sind auf alle fälle noch bären da du kannst ruhig alle bären nehmen ich weiß jetzt nicht warum du das jetzt hier so einzeln machst stapel teilen stapel aufteilen halbieren 22 ich verstehe nicht warum man das jetzt so kleinlich darüber zieht okay so hier unser kleiner kindergarten wir haben ein baby mini dodo wahrscheinlich ist jetzt auch noch ein mädchen und ich bin diskriminierend aber das ist ja egal hier können wir noch ein paar mehr eier einsammeln oder dodos rumwerfen wir können hier kacke einsammeln ach hier ist schon wieder jemand verliebt hier gibt es wahrscheinlich gleich die nächsten eier okay wunderbar baby dodo baby dodo jugendlicher carbo und car boss hier haben wir unsere zwei wunderschönen schildkröten wir schauen noch mal kurz bei den die los nach bei den die los habe ich keine herzchen über dem kopf gesehen wir schauen mal so zwischen rein aktiv paarungen oder wandern paarungen in 25 minuten ok das wäre jetzt dementsprechend auch nicht gerade paarungen in drei stunden ok gut haben wir hier noch irgendwelche informationen wandern oder paarungen aktiv was sagst du hier paarungen oder wanderungen aktiv ok hier bei maschine was sich anhört wie maschine ist es auch in vier stunden ok unsere kinder können im kindergarten rumrennen wir gehen einmal zu unserem schränkchen draußen ist es sehr heiß habe ich gerade gesehen wir packen hier rein unsere dodo eier wir haben einen haufen eise mit dabei wir schauen einmal unsere dementsprechenden komposter durch hier haben wir natürlich dementsprechend dünger dünger brauchen wir ja hier für unsere jeweiligen zuchtanlagen hier wie in der letzten folge schon gesagt kleinen kothaufen hinzufügen nehmen möchten wir nicht hier soll ja eigentlich dünger rein dann packen wir hier dementsprechend noch dünger oben drauf damit die karotten dementsprechend gut wachsen hier haben wir auch noch mal dünger dieser müsste dementsprechend ausgerüstet sein ja er hat ein bisschen wenig stroh das heißt wir können ein bisschen stroh holen gehen wir schauen die anderen komposter auch noch durch der im kindergarten war relativ voll hier haben wir jetzt dementsprechend auch noch genügend und da können wir hier das stroh einmal zusammenpacken und dann packen wir hier lieber noch einmal kacke oben drauf dann haben wir hier auch so ganz komische konstellation und warum du das nicht zusammenpackst frage ich mich auch immer wieder 140 und ding dann ist hier auch eine kacke drin dann laufen wir noch mal kurz runter an den strand oben hier dementsprechend dann noch mal eine packung stroh oben drauf zu packen hier sind noch mal 170 stroh die kacke die ich jetzt einstecken habe die sagt man so schön die stelle ich mal ins wasser ins inventar und die lasse ich einfach mal fallen weil kacke haben wir eigentlich relativ genug wir haben bären einstecken die machen wir dann wieder in unseren dementsprechenden äh blöp 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 und vergesslich bin ich auch glaube ich ein bisschen tritzer unseren bulldozer unser wunderschönes was bist du ein erstmal sehen was bist du lass dir mal unter das röckchen schauen komm lass dir mal nur ein großer kacki haufen das ist natürlich das ist natürlich crime kacke die wir natürlich dementsprechend brauchen können lustig wie die kinder im kindergarten gerade dementsprechend am spazieren gehen sind man hört das bis hierher äh tracer tracer du bist lass dir doch mal unter das röckchen schauen da bist du doch du bist ein männchen für dich brauchen wir natürlich auch noch ein weibchen das ist natürlich klar ihr meine zwei süßen meine zwei bulldozer ähm war wieder natürlich eine tolle sache dass hier die ja was eine tolle sache was nicht sie steckte wie ich im offscreen ein bisschen probiert hatte hier was durchzufahren um einfach materialien zu haben steckte sie wieder unter einer wand fest ich habe dann mit der armbrust betäubungspfeile auf sie geschossen und sie direkt auf verliebt sein gestellt damit sie hier äh ja jeder nach kürzester zeit direkt ein ei geschenkt hat wir schauen uns hier mal am strand um was hier noch so alles los ist weil normalerweise läuft ja hier auch immer noch der barinox spazieren ähm viel ist hier eigentlich nicht los wir bräuchten eigentlich nur materialien materialien wäre das bezogen natürlich dass wir können eigentlich auch mal was trinken gehen wenn wir nämlich schon da unten sind so jetzt soll man natürlich die armbrust weg packen und jetzt natürlich unseren wasserbeutel wieder voll machen es gibt bestimmt noch sachen die wir jetzt noch unbedingt bauen müssen die nächste frage wäre jetzt natürlich dementsprechend hier ähm die tiere sind nicht nachgespawnt das rudel an raptoren was sich hier drüben aufgehalten hat war natürlich eine ganz schöne bedrohung was ich gesehen habe auch mit dementsprechend hier du bist ja auch sehr hübsch mit deinen bunten beinen was bist denn du du bist ein männliches ja ein männchen habe ich ja mit drei das ist natürlich ding hier dementsprechend ja auch nicht so äh gut aber für die paarung hat es gereicht wir haben zwillinge geschenkt gekriegt panzer die dementsprechend was bewegen können die müssen dann dementsprechend auf gewicht äh aktiviert werden und beim farmen in der näheren umgebung kann man sie natürlich gut benutzen der trike ist natürlich dann im großen stil natürlich dafür zuständig ja da vorne läuft da oben unser raptor raptor wäre die große frage ob das nicht mal so eine idee wäre einen raptor zu zähmen oder ein raptor pärchen weil dann wären die düfos dementsprechend dann ja auch überflüssig raptor tode haben wir glaube ich schon genug gesehen in den letzten folgen hier die riesen kristalle dort oben dementsprechend diese plattformen wo man natürlich dementsprechend dann auch eine base errichten kann ein fliegerlein wäre sehr interessant für mich zu bekommen aber wie gesagt alles so nach und nach ich wollte euch jetzt einfach mal die geburt von unseren zwei schätzchen von unseren zwei schildkröten zeigen und ja das natürlich im gleichen zu genochen dodo dazugekommen ist das ist natürlich sehr schön und sehr interessant ja ich hoffe an der stelle es hat einfach spaß gemacht ja so die nächsten folgen werde ich dann einfach wieder vorbereiten wenn der besuch kommen ich würde dann nicht mal so in anführungsstrichen auf die herstellung von leder ausrüstung dementsprechend machen und dann vielleicht auch mal ein floss bauen um dementsprechend mit dem floss hier einfach mal auch im wasser zu fahren um weiter einfach mal die map einfach zu erkunden wenn wir jetzt dementsprechend hier uns mal auch weiter umschauen wollen wo was ist und wo wir denn den nächsten stützpunkt errichten dieses ist ja sozusagen der basis stützpunkt nur mit dem wir sozusagen dann dementsprechend weitermachen so wir laufen jetzt noch einmal in den kindergarten rein schauen auf unsere kleinen minis die wir haben hier stürmter jetzt nicht raus weil ihr dafür seid ihr nicht bekannt ah ok ein jugendliche schildkröte die hier rumrandaliert da hinten sitzt die andere na freunde habt ihr spaß das ist schön wo ist der kleine mini dodo oder do der oder du das und du hängst da hinten natürlich irgendwo hinten in der wand drin das ist natürlich auch klar ach ja da ecken und kanten für kleine tiere ist es natürlich wie sieht es bei dir aus hast du noch genug zu fressen ja du hast noch genug zu fressen das ist natürlich schön gut wunderbar dann bedanke ich mich fürs zuschauen ich hoffe es hat ein bisschen spaß gemacht dabei zuzuschauen wie unsere kleinen schildkröten die sehr nach papa kommen nach mama ist es mit dem strahlenden grünen die hier dementsprechend spazieren laufen bedanke mich bis zum nächsten mal